Am Berg, egal ob Winter, Herbst, Frühling, aber vor allem im Sommer, ist Trinken einfach der wichtigste Ausrüstungsgegenstand auf langen Touren. Und eigentlich ist es doch ganz logisch, was wir trinken. Wasser. Aber ist das wirklich so schlau oder sollten wir darüber mal genauer nachdenken? Darum geht's heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Kurz ein kleiner Background-Check, damit wir auch alle mitreden können am nächsten Stammtisch. Erstmal, wieso müssen wir überhaupt Flüssigkeit zu uns nehmen, wenn wir am Berg unterwegs sind? Auch wenn wir, wie im Winter beispielsweise, deutlich weniger schwitzen. Grundsätzlich ist Flüssigkeitsaufnahme extrem wichtig für das gesamte Leben. Das wissen wir. Flüssigkeit verhindert zu dickes Blut, ist wichtig für unsere Bandscheiben, reguliert die Körpertemperatur besser, ist wichtig für den Stoffwechsel und all deine Körperzellen. Am Berg jedoch bekommt das Trinken manchmal etwas zu wenig Aufmerksamkeit. Gerade wenn man gar nicht schwitzt oder es sehr kalt ist, wie zum Beispiel auf einer Skitour, neigt man eher dazu, zu wenig zu trinken. Schnellere Ermüdung und Kopfschmerzen können die Folge sein. Und gerade im Sommer kann es hier richtig gefährlich werden. Während wir natürlich immer zur Flasche greifen, wenn wir Durst haben, wird es problematisch, wenn uns das Trinken mitten auf einer sommerlichen Bergtour ausgeht. Was passiert, wenn der Körper komplett dehydriert, ist nämlich unten in der Stadt schon äußerst gefährlich. Am Berg aber kann es durch die Dehydration lebensgefährlich werden, nicht nur aufgrund der Austrocknung. Trinken ist diese eine Sache, die man auch gerne reduziert, weil sie viel wiegt. Doch das ist ein fataler Fehler. Interessanterweise ist das beliebteste Trinken am Berg immer noch das Wasser. Dabei hat Wasser eigentlich kaum Raumeigenschaften, die uns am Berg tatsächlich auch nützen können. Das soll nicht heißen, dass man sich kein Wasser mitnehmen sollte. Es soll nur heißen, dass es Alternativen und Zusätze gibt, die uns am Berg vielleicht etwas besser als Wasser allein stärken. Während Wasser uns vor Austrocknung schützt, schützt es uns im Sommer nicht vom Verlust der Mineralstoffe über den Schweiß. Das Leitungswasser enthält nämlich kaum was von den verlorenen Stoffen. Diese sind aber trotzdem für unseren intakten Kreislauf wichtig, weshalb Wasser nur teilweise unseren Flüssigkeitsverlust kompensieren kann. Um die Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, Krämpfe zu vermeiden und Kreislaufprobleme im Keim zu ersticken, sollte also gerade bei Sommertouren auch auf andere Mittel gesetzt werden oder zumindest gemischt werden. Bleibt nur die Frage, was könnte man außer Wasser denn noch so mitnehmen auf dem Berg? Ihr habt sicher schon mal was von isotonischen Getränken gehört. Aber oftmals weiß man nicht ganz genau, was das sein soll. Außer, dass das irgendwie in Isos da drin ist. Vor allem handelt es sich dabei um Flüssigkeiten mit ähnlichem Teilchenaufbau wie im Blut. Konkret geht es dabei um osmotische, also wasserziehende Teilchen. Und je ähnlicher dieser Aufbau dem im Blut gleicht, desto einfacher kann der Körper damit arbeiten, was zu leichterer Verdauung und zu schnellerer Verarbeitung führt. Am Berg, gerade wenn man sich noch im anstrengenden Aufstieg befindet, ist das ein echter Pluspunkt. Wie man sich das macht, ist relativ einfach. Denn Fertig kaufen in Flaschen ist relativ teuer. Man kauft sich sogenanntes isotonisches Pulver. Das gibt es nicht nur von Isos da, sondern auch von anderen Herstellern. Eure Flasche für eure nächste Bergtour füllt ihr nun mit Wasser voll und kippt dann die empfohlene Menge, das steht meistens auf der Dose, einfach rein und wartet bis alles gut verdünnt ist. Das ist dann einfach euer Trinken bei der Tour. Vorsicht, viele dieser Mittel sind ziemlich süß, was manchmal aufgrund des Geschmacks dazu verleitet, mehr zu trinken als notwendig wäre, weil es einfach gut schmeckt. Das Problem ist nur, dass man dann viel zu schnell alle Vorräte los ist und dann hat man wieder nichts. Deshalb sollte man, wenn man zum Beispiel 1,5 Liter zu trinken dabei hat, eine 750 Milliliter Flasche mit Wasser dabei haben und die andere mit einer isotonischen Verdünnung. Auch Fruchtsäfte sind grundsätzlich zwar kein No-Go, sollten aber stark verdünnt werden, wenn du sie unbedingt dabei haben willst. Da geht es nämlich darum, dass Fruchtsäfte hypertonen und damit schwer zu verdauen sind. Das führt zu keinem gewünschten Effekt. Verdünnt entsprechen sie aber ungefähr dem Wirkungsgrad von gesüßtem Tee oder ähnlichem und sind damit voll in Ordnung. Es gibt aber definitiv ein paar Katastrophengetränke am Berg. Energydrinks zum Beispiel. Oder die Gipfelhalbe am Berg. Die ist ebenfalls eine beliebte Belohnung und ich verstehe das voll und ganz. Ich will sie auch um Gottes Willen niemandem absprechen. In manchen Teilen der Alpen ist das glaube ich sogar illegal, sowas nicht zu huldigen. Aber ich möchte dazu trotzdem meine Kleinigkeit loswerden. Auf leichten Bergen, wo keine Absturzgefahr herrscht, ist das Bier zur Belohnung am Gipfel sicherlich kein großer Schaden. Letztlich sind wir alle erwachsen und können selber beurteilen, ob wir noch mal halbwegs heil runterkommen oder nicht. Während dem Aufstieg aber spricht so einiges dagegen. Denn Bier ermüdet den Körper. Es ist anstrengend für den Magen und den Darm in der Verdauung. Dafür ist vor allem der Alkohol verantwortlich. Das heißt, ein Bier auf halbem Wege könnte unsere Tour schwieriger machen, als es eigentlich nötig wäre. Und da sollte man sich dann schon fragen, ob das so gewünscht und gewollt sein kann. Generell, ohne euch den Geschmack vermiesen zu wollen, kann man sagen, dass Alkohol immer die Regenerationszeit auch verlängert. Damit ist es auch auf Mehrtagestouren zum Beispiel nicht die intelligenteste Entscheidung, sich vor dem nächsten anstrengenden Tag hart die Kante zu gehen. Zum Thema, wie viel Flüssigkeit man sich mitnehmen sollte, möchte ich noch nicht unbedingt eine pauschale Zahl sagen. Es hängt einfach zu sehr von vielen Faktoren ab. Wie alt man ist, wie groß und wie schwer man ist, wie heiß es ist, wie lange die Tour geht und so weiter. Ich kann euch aber sagen, wie ich es mache. Ich habe auf jeder Bergtour, auch am Hausberg, anderthalb Liter zu trinken mit. Am Hausberg habe ich im Frühling meistens einen Liter wieder mit nach Hause getragen und das stört mich auch nicht. Im Sommer habe ich am Hausberg aber auch schon mal den letzten Tropfen aus der Flasche gezogen. Also so unterschiedlich kann das sein. Wenn ich weiß, dass ich im Sommer mehr als drei, vier Stunden unterwegs bin, habe ich meistens noch mal deutlich mehr zu trinken mit. Weiße ich, dass ich die ganze Zeit südseitig in der prallen Sonne unterwegs bin, dann sind es auch schon mal dreieinhalb bis vier Liter. Was passiert, wenn man austrocknet, habe ich selbst schon am eigenen Leib erfahren müssen. Viel zu große Hitze hat mich bei einer Bergtour mal überrascht. Es wurde über den Tag deutlich heißer als angekündigt und die Umgebung verwandelte sich sehr schnell vom Wald zum Latschengelände. Nach zweieinhalb Stunden waren meine etwas knapp bemessenden Trinkvorräte dahin. Was dann passierte, war im Nachhinein gesehen spannend zu beobachten. Erst fängt der Mund an auszutrocknen, man schmeckt nichts mehr, der Mund wird klebrig. Das ist aber noch eher etwas, was einfach nervig ist und noch nicht sehr gefährlich. Eine Stunde später in der brennenden Hitze bei 38 Grad in der prallen Sonne fiel mir dann aber einiges auf, was wirklich unangenehm und beunruhigend war. Erst habe ich gemerkt, dass ich immer schlechter sehen konnte und dass auch Arme und Beine zittrig wurden. Das war gerade in ausgesetzten Stellen echt beunruhigend. Und irgendwann merkte ich, dass mir schlecht wird und die ganze Zeit sehr schwindlig. Aber nicht so schwindlig, dass man einfach umkippt, sondern es fühlte sich so an, als wäre man umfassbar besoffen. Man taumelt so vor sich hin, hat relativ wenig Oberkörperspannung und damit ist man sehr instabil. Ich bin auch öfter mal gestürzt. Besonders spannend war dann, dass ich nicht nur unglaublich starke Kopfschmerzen entwickelt habe, sondern tatsächlich anfing zu halluzinieren. Das war in dem Moment für mich aber überhaupt nicht unbeunruhigend oder sonst was, sondern fast schon hilfreich und womöglich sogar meine Rettung. Im Nachhinein aber definitiv gefährlich und bedenklich. Und als ich oben angekommen bin, am Gipfel, habe ich mich hingesetzt und Blackout. Kreislaufzusammenbruch. Nach einigen Minuten bin ich wieder aufgewacht. Nach einem kompletten Shutdown hat mein Körper nach der Erschöpfung und der Ausdruckung einfach nochmal eine Weile gebraucht, bis ich überhaupt wieder beweglich war. Gott sei Dank konnte ich dann eine Trinkquelle finden und so entschärfte sich die Situation. Diese Geschichte soll euch keine Angst machen, sondern soll einfach zeigen, dass es sich einfach lohnt, etwas mehr zu trinken dabei zu haben, als etwas weniger. Natürlich wiegt das alles ordentlich, aber klar ist auch, dass ich trotz dem schwereren Rucksack deutlich mehr Kraft habe, wenn ich hydriert bin, als wenn ich einen leichteren Rucksack kurz vorm Kollaps mit mir herumschleppe. Das ist letztlich die große Frage, die man sich stellen kann, wenn man nicht weiß, ob das im Rucksack jetzt zu viel trinken ist. Wird mich dieser halbe Kilo mehr in meinem Erlebnis, auf meiner Tour, in meinem Vorhaben behindern, einschränken und meine Erfolgschancen tatsächlich schmälern? Oder ist das alles nur Blödsinn in meinem Kopf von dem Ultraleichtgedanken, der immer beliebter wird? Meist gibt es da eine richtige Antwort drauf. Wenn euch der heutige Grundlagenkurs gefallen hat, dann freut es mich immer wieder, wenn neue Abonnenten hier landen. Das geht unter dem Video ganz schnell, einfach kostenlos und schmerzfrei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. So, jetzt hole ich mir erst mal was zu trinken.